In der Landtechnik setzt sich der Trend zur Vernetzung von Arbeitsprozessen und zur elektronischen Steuerung von Maschinen fort. Selbst bei einem der ältesten Geräte wie dem Pflug. Die Schweizer Landtechnik konnte beim Lohnunternehmen Giger in Säwellen mit dem Juwel 8 IV eine topmoderne Pflugausführung unter die Lupe nehmen. Lehmcken hat der Pflugbaureihe Juwel bereits vor geraumer Zeit eine Isobus-Steuerung spendiert. So ist es möglich, dass die Turn Control Pro Steuerung mit elektrohydraulischem Drehwerk und hydraulischer Neigungsverstellung bequem und ohne Betätigung einzelner Steuergeräte über ein Isobus-kompatibles Terminal bedient werden kann. Über diese Bedienung kann weiter auch die Arbeitstiefe via hydraulisches Stützrad und die Arbeitsbreite inklusive Breite der Vorderfurche eingestellt werden. Auch diesen V-Profil Keilpacker mit hydraulischer Einschwenkung kann man über die Isobus-Steuerung automatisiert bedienen. Der Jobrechner des Pflugs ist im Dreipunkt-Anbauturm untergebracht. Neue Software lässt sich über eine USB-Schnittstelle laden. Nun kommt mit der Option Guide gar eine GPS-basierte Verstellung der Arbeitsbreite hinzu. Quasi ein Lenksystem für den Pflug. Um diese Option wirklich exakt anwenden zu können, ist ein RTK-Signal vorteilhaft. Sind die Feldgrenzen bekannt und eine AB-Linie gezogen, wird die Arbeitsbreite, bei diesem Modell zwischen 1,20 m und 2,15 m, laufend so angepasst, dass man am Ende exakt auf die Zielfurche kommt. Auch Keile oder gar Trapeze lassen sich so ohne zusätzliches Vorgewende auspflügen. Weiter können krumme Wurchen nach wenigen Fahrten wieder begradigt werden. Die Steuerung des Pflugs erfolgt hier über das traktoreigene Terminal. Die GPS-Pfluglenkung wird über ein CCI 1200 Terminal sichergestellt. Das GPS-Signal in dieser Anwendung kommt über einen John Deere Starfire Empfänger, wird aber nicht für die Lenkung des Traktors, sondern eben für die Pflugsteuerung verwendet. Der Traktor selbst fährt in der Pflugfurche. Über das Operations Center von John Deere kann der Lohnunternehmer jederzeit die Pflugarbeit mitverfolgen. Der 4-scharige, 1,7 Tonnen schwere Lehmken Juwel 8 mit 85 cm Rahmenhöhe und einem Meter Längsdurchgang ist hier mit Duramax-Streifenkörpern ausgestattet. Die einzelnen Streifenkörper werden schraubenlos eingehakt. Zusätzlich sind spezielle Düngereinleger montiert. Weiter arbeitet dieser Pflug mit dem integrierten Flexpackpacker. Der grobscholige Boden wird durch die paarweise und versetzt angeordneten Ringe mit einem Durchmesser von 600 mm gleichmässig zerkleinert und rückverfestigt. Die Feuchtigkeit bleibt so im Boden. Der Packer ist über Arme fest mit dem Pflug verbunden, kann einen Druck zwischen 20 und 100 bar auf den Boden ausüben und wird am Vorgewende gemeinsam mit dem Pflug gewendet. Der Packerrahmen läuft parallel zum Pflugrahmen und passt sich der flexiblen Arbeitsbreite des Pflugs automatisch an. Für den Anbau am Traktor werden Unterlenker der Kategorie 3, eine Isobus-Steckdose und hydraulikseitig eine Load-Sensing sowie eine Druck- und Rücklaufleitung benötigt. Für den sicheren Strassentransport gibt es diese Beleuchtungsanlage. Ein solch ausgestatterter Pflug mit integriertem Flexpack hat auch seinen Preis, brutto rund 57'000 Schweizer Franken. Mehr dazu gibt es in der Print-Ausgabe der Schweizer Landtechnik zu lesen.